Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifu Sergi. Ich begrüße dich zu diesem Trainingsvideo. In diesem Video geht es um Ketten, Fauchstoßen, Workout. Die ganze Trainingseinheit wird im Stand IRIS absolviert. Was der Stand IRIS ist, wie man den annimmt und wie man den ausführt oder steht, verlinke ich hier. Das und viel mehr erwartet dich in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir starten mit dem geraden Fauchstoß. Einzelne Schläge erstmal etwas langsamer und dann ein bisschen dynamischer. Das Ganze aus dem Stand IRIS. Fauchste hoch, leicht in die Knie, Fußspitze, Fersen nach außen, Becken nach vorne. Linke Faust ist vorne. Einzelne Schläge ganz langsam nach vorne. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Pro Zeil ein Schlag und etwas dynamischer. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eins, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Links vorne, rechts hinten. Doppelschlag rechts, links. Ganz langsam eine Runde. Acht, achtmal, acht, eins, zwei, Nummer sieben. Eins, zwei, sechs, eins, zwei, fünf, eins, zwei, vier, eins, zwei, drei, eins, zwei, 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 eins, zwei. Rechts nach vorne und achtmal langsam hier links rechts. Acht, acht, eins, zwei, sieben, eins, zwei, sechs, eins, zwei, fünf, eins, zwei, vier, eins, zwei, drei, eins, zwei, zwei, eins, wohn, wohn. So, nochmal links nach vorne und etwas dynamischer Duplett. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Rechts nach vorne und links rechts abschließen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Links nach vorne und achtmal drei Schläge ganz langsam. Acht, eins, zwei, drei, schön lang. Nummer sieben, eins, zwei, drei, sechs, eins, zwei, drei, fünf, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, Nummer drei. Eins, zwei, drei, zwei Stück, eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei. Etwas dynamischer, eine Runde. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, noch mehr. Eins, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eins, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hat Dir das Video gefallen? Könntest Du alles umsetzen? War es für Dich zu schwer, zu einfach, zu leicht? Gib mir Feedback in den Kommentaren. Drück den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Drück auch die Glocke, damit Du immer informiert bist, wenn ein Video online geht und keine weitere Video verpasst. Falls Dir ein Video auf meinem Kanal so gut gefallen hat und Du möchtest aber nicht jedes Mal gucken und nachschlagen, wo war das Video und es ist irgendwo schon in Playlisten versteckt. Damit Du nicht lange suchst, empfehle ich Dir, in Deinem YouTube-Account eine Playliste zu erstellen mit meinem Namen, Sifu Sergei, Beziehung lernen oder trainieren und dann findest Du auch ganz schnell beim Bedarf das passende Video für Dich. Das ist nur mal eine kleine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Dein Sifu Sergei. Ciao. Dein Sifu Sergei.